Moin zusammen, heute gibt es mir ein etwas anderes Video von mir. Und zwar habe ich mich dafür entschieden, nach fast 20 Jahren mal wieder ein Kinderüberraschungsei aufzumachen. Du bist echt mutig, steht drauf. Dann wollen wir doch mal gucken, was da drin ist. Dann wollen wir es mal öffnen. Die Schokolade werde ich sowieso nicht essen, die kriegt mein Papa, weil ich kriege davon höllisches Sodbrennen. Oh, ich kriege das nicht mal auseinander. Ihh, das ist ganz klebrig. Klub. Klub. Gott, das macht immer noch diese Geräusche wie früher. Klub. Okay, die Seier waren früher anders. Ich muss gucken, wie man das öffnet. Hä? Ich glaube, ich mache das gerade kaputt. Was? Es ist auf jeden Fall rosa. Es ist auf jeden Fall rosa. Gucken wir mal. Es kommt da einfach nicht raus. Es ist ein Auto. Es ist ein Auto. Und die andere Hälfte kommt da nicht raus. Doch, jetzt. Hä? Was ist das? Was ist das? Oder Wasser? Das ist ein Delfin. Muss ich nicht verstehen. Wartet mal kurz. Ich muss diese Gebrauchernweise mal aufmachen. Oh, das ist ein Dreiteilfelsnamen. Was ist das? Was ist das? Ich versuche das mal kurz zusammenzubauen. Also mal ganz im Ernst. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Es ist hier irgendwie so eine Landkarte jetzt drin. Ich habe das jetzt irgendwie zusammengebaut, dieses komische Auto. Oder was das auch sein soll. Das kann ich mal fahren. Nichts. Da ist einfach so ein Delfinaufkleber noch mit bei. Und das war's. Gott, und dafür gibt man Geld aus. Na dann. Irgendwie kann man das Ding noch scannen oder so. Aber ist das ein Spiel oder was soll das sein? Ach, das ist alles mit Internet heutzutage. Oh mein Gott. Das ist so ein Spiel fürs Internet irgendwie. Okay. Also noch ein UI kaufe ich auf jeden Fall nicht, weil das ist nichts für mich. Das ist irgendwie ja, keine Ahnung. Fretter, mein Vater, die süßen Figuren. Da konnte wenigstens mit den Sachen spielen. Und jetzt muss alles per Smartphone gemacht werden. Nö, das ist nicht so meins. Fazit, ich werde definitiv keinen Ü-Eimer kaufen. Das ist einfach, ja, nicht mal so schön wie früher.